Super Sonntag, das ist diese auch postenlose Sonntagserfeindung. Diese Gebäude stehen schon seit den 60er Jahren. Nur natürlich umfunktioniert. Da wo mal Schriftsetzer am Setzkasten gestanden sind, da sitzen heute Leute vom TV Halle. Das ist also das Fernsehen, was also zum Haus auch gehört. So ist das eben alles etwas anderes geworden. Okay, das ist der Scheiße. So lassen wir die mal da hinten reingehen. Und hier gehen wir mal wieder über den Stil abschneiden. Schuhe ist offen. Ist das so mit der Kamera? Ich meine es ja noch. Die Druckerei ist also 1990, 1991 neu gebaut worden. Dort wo dieser Berg zu sehen ist, ja keine Hügel. Da stand die alte Druckanlage. Rotationshochdruck, aber wir hatten auch eine Offset-Einheit. Allerdings nur schwarz-weiß. Und Offset, der Widerspruch, die Basis war Bleisatz. Wurde in Blei gesetzt, wurde mechanisch dann überarbeitet. Und dann wurde also eine Trimetallplatte, wurde dann erstellt hier in Eigenregie. Das heißt, sie wurden geschichtet sogar. Und Trimetall deswegen, weil man druckte hier eine Teilauflage Neues Deutschland, die Gesamtauflage Junge Welt. Und viele andere Betriebszeitungen. Und da hatten wir natürlich die Teilauflage Neues Deutschland und Junge Welt. Die mussten natürlich besser sein als die Betriebszeitung. Die waren Offset-Einheit. Das war dann ja. Aber wie gesagt, das war kein Offset-Einheit. Wir gehen mal hier rein. Da liegt das Zeitungsdruckpapier. Bevor wir uns mal anschauen. Der Haupteinklager ist vorne, aber da verlieren wir die Uhr nicht. Links schwenken. Das ist jetzt so ein bisschen lauer. Doch das ist nicht so laut, wie heute Abend. Da ist noch lauter. Aber das ist auch nur, Sie müssen wissen, dass die Anlage, die sieht so aus, als ob es nur ein Stück. Aber es ist ja unterteilt. In vier Einheiten. Und deswegen kann man nach einem Zeitfenster die Zeitung herstellen, zwar eben, wenn ich eine Auflage herstelle, die Einheiten wegbar haben, ganz ordentlich weiter. Dann muss ich die natürlich eher rum als die letzte Auflage halten. Und so kann man eben nach Frankfurt bis Quentin-Dorf-Hörnig vom Testraum und so geht es. Also wir sollten hier einhalten. Im Moment kommt hier mit drei Einheiten und wir werden es ja sehr rum. Ganz kurz zum Zeitpunkt machen wir das nochmal mal. Es ist tatsächlich 25 Gramm das Holzheil des Papiers. Die Besonderheit ist 100% Haltpapier. Die kommen aus Eilenburg Richtung Borger-Ersatz. Und eine Rolle enthalten, ungefähr 23 Kilometer Papier. Die aber 21.663, also mehr als 20 Kilometer, wird straff aufgewickelt, wird nicht dein Prenn nicht höher gehen. Ja, das wird so straff aufgewickelt. Aber das ist die nächste Auflage worden, das ist die Auflage worden, bei 1,3 Tonnen. Wie ich hier besprochen, ist natürlich mal interessant zu wissen, wenn wir zum Beispiel die Sonnabfahrtskarte, da ist dann viel zusätzliches drittes Zeitung und nicht noch nix, sagt man, das ist so eine drittende Beilage, oder die wir anzeigen, sei es nur für 5, dann kann es passieren, dass wir 15 Rollen verfugt haben. Und wenn man sich das mal vorstellt, 15 Rollen, das wären ganz noch, wie die Halle-Benedig, 1.000 Kilometer gewesen. Also hier gehen dann, in der Nacht, jeden Fall, die Maschinen, und die Maschinen, und die Maschinen, und die Maschinen, und die Maschinen, das ist einfach, die Maschinen, und die Maschinen, und die Maschinen, und die Maschinen, ich würde uh- WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist der Standard für die 3,93 Meter. Das ist ganz einfach erklärt. Schauen Sie mal, auf eine solche Runde, eine Zeitung wird ohne Verschwörung. Und da passen dann genau vier Seiten vor. Dann ist also die Papierbahn nicht 1,40 Meter bewegt. Den Kunftsbilder, die reißen aber nicht nur noch 4,50 Meter, sondern 8 Meter. Dann haben Sie auf der Papierbahn theoretisch 8 Seiten. Und wenn Sie die Rückseite finden können, dann haben Sie das 8,60 Meter. Jetzt wollen wir eine 32 Seiten Zeitung suchen, da müssen wir zwei Standard wollen einsetzen. Jetzt kommt der Fahrrad runter. Wir machen runter nur mit 20 Seiten. Ganz einfach. Standardvolle mit der halben Runde. Zwei Seiten streckt hier. Rückseite 8, 60 und 20 Seiten. Das ist der ganze Sinn. Das kann 28 Seiten brauchen. Die ganze Rolle uns mit 3 Minuten hören. 3 Seiten, 6 Seiten, 10 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 Seiten. Wir sind in Leipzig und in Leipzig. Wir haben das ganz anderes Gefühl gemacht. Wir haben das 7 Seiten gefahren und bei den Leipzig-Karten habe ich das einfach gemacht. Vielen Dank.